Ihr hört den Apfelplausch, der Apple-Podcast von Wake Up Media. Hello! Okay, nee, ich wollte eigentlich Hallo sagen. Hallo zusammen und willkommen zum Apfelplausch, zum Apfelplausch 31. Ja, 31. Hier sind wieder Lukas und Roman, die beiden Typen, die euch über die Apple-Woche erzählen, über ihre Erlebnisse der vergangenen Woche. Ja, es gab so einiges von Apple, auch von Apple-Konkurrenten und ich bin ja wieder froh, dass wir beide so mit den Mikros am Start sind. Und Roman hat mir eben schon erzählt, er hat sein Mikro schon wieder fallen lassen. Stimmt das dann? Ja, ich hatte es wieder am Rechner angeschlossen und dann musste ich noch ganz schnell was holen vom anderen Schreibtisch. Und dann bin ich mit dem MacBook wieder aufgestanden und durch den Raum gelaufen und habe mir das Mikro von meinem Ständer gerissen. Ja, es ist ein robustes Teil, das hat auch diesen Absturz hier unbeschadet überstanden. Ich freue mich drüber. Das wird jetzt zum Running-Gag. Jedes Mal schmeißt du dein Mikrofon runter. Irgendwann ist, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er hineinfällt. Also das wollen wir nicht zur Regel machen. Jo, cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen gleich anfangen mit etwas, das nicht direkt Apple betrifft, sondern die, sondern Samsung. Denn Samsung hat sein neuestes, tollstes Flaggschiff gelauncht. Das S9 vor gut einer Woche. Ich glaube am 26. die Keynote. Das war das. Ja, glaube ich schon. Total beschissen, das hat sich Journalisten. Ich war auch echt froh, dass ich da nicht arbeitete. Auf jeden Fall, ja. Im Vorfeld der MWC oder des MWC, dem Mobile World Congress in Barcelona. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen so darauf ein, was kann das teilen. Natürlich auch immer im Vergleich zum Apple, zum iPhone X, zum iPhone X. Allem voran ist ja spannend, was Samsung bei der Gesichtserkennung gemacht hat. Denn man hat das so präsentiert eigentlich als die tolle, verbesserte Gesichtserkennung. Und wir haben dann gestern, glaube ich, oder vorgestern darüber geschrieben, ja, nee, laut Sicherheitsforschern und einem ausführlicheren Test von CNET, glaube ich, ist das gar nicht so geil überarbeitet, wie Samsung das gerne hätte. Die Gesichtserkennung im S9 ist wohl schneller und zuverlässiger, aber keineswegs sicherer. Ganz kurz zu den technischen Details. Samsung hat es leider immer noch nicht gebacken bekommen, einen 3D-Sensor, eine 3D-Kamera zu verbauen. Deshalb setzt man weiterhin auf die Frontkamera quasi, in Kombination mit einem Iris-Scanner. Und die beiden sollen quasi den Nutzer erkennen. Zunächst geht das wohl über ein Selfie quasi. Und das gleicht man dann ab mit dem hinterlegten Bild. Wenn das nicht funktioniert, geht das über den Iris-Scanner. Wenn das nicht funktioniert, irgendwie beides zusammen. Jedenfalls kann man es halt dennoch irgendwie mit einem Bild austricksen. Und das finde ich schade. Apple, äh, Samsung gibt es dann auch irgendwie selber zu, dass es nicht wirklich sicher ist. Man kann zum Beispiel Samsung Pay nicht darüber verifizieren. Bei Apple ist das möglich. Bei Apple kann man Apps kaufen, Apple Pay verwenden, alles über Face ID, was dann natürlich auch, ja, darüber etwas aussagt, wie sicher das Ganze ist und wie sicher sich Apple dabei ist, was man da macht. Ja, also man muss das halt auch ein bisschen im Vergleich einordnen. Du sagtest, es ist sicherer und schneller, aber im Vergleich zum Galaxy, was war das da vor? S8, also nicht im Vergleich zum iPhone. Es ist, äh, auch, es war ja nie wirklich, wirklich cool, auch beim S8 noch nicht. Und ja, ähm, jetzt hat Samsung anscheinend die Situation, dass der Iris-Scanner immer noch nicht so richtig massenzauglich ist. Das funktioniert schon, aber es war ja, es hatte damals bei Brillen und insbesondere wohl Sonnenbrillenträgern auch immer wieder geklemmt und es ist anscheinend immer noch nicht so richtig für den Massenmarkt-Ready. Und deswegen kombinieren sie das mit diesem Selfie und wenn idealerweise kommen eben beide Merkmale zusammen, aber wenn eins von beiden nicht klappt, was öfter passiert, als Samsung es anscheinend zugeben möchte, dann reicht auch eins der beiden Merkmale, um sich identifizieren zu lassen und das ist all over all natürlich schlecht. Ich bin mal fast gespannt, ob dieser Blinzel-Test auch wieder funktioniert. Oder war das bei denen, wo dann irgendwann diese Funktion kam, dass man blinzeln musste und man musste ja entsperren, wenn er sich gar nicht mehr sicher war und dass man dann mit einem Bleistifter durchwedeln konnte und dann klappt der trotzdem? Uh, da bin ich gar nicht informiert. Keine Ahnung, war das Samsung? Ich weiß es nicht, aber das war auf jeden Fall, ich dachte, ich fährt nicht mehr. Aber das wird man sicherlich in den nächsten Tagen, Wochen irgendwie sehen, wenn die Leute das in der Hand haben und das ausprobieren. Ja, man kann es mittlerweile vorbestellen, seit der Keynote und am 9. März meines Wissens startet das Ganze auf den Markt. Ja, ich dachte, es ist am 6. März. Ah, ja. Ne, es ist schon am 9. März, nicht? Scheiße, ich habe immer mit dem März geschrieben. Ich dachte mal, am März. Ich habe so viele Tests, ich habe so viele Launch-Meldungen geschrieben, die letzte Woche. Ich meine, im Vorfeld sagt man auch, es kommt Mitte März, ja, S9 Release, mal schnell schauen. Ah. Über Apple sind wir immer informiert, aber die... So. Ne, tatsächlich, am 16. März kommt es in den Tantel. Ha, 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 ha. Ja, 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 ich habe nicht falsch informiert. Ne, 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 ich war falsch informiert. Sorry, sorry. Dann ist, aber man kann es schon vorbestellen. Genau, 850 ist der Einschättspreis. Ja, man nähert sich auf jeden Fall Apple an. Wenn du überlegst, 850 ist das kleinste, also das kleine Modell mit wenig, also weniger Speicher, 64, ein Hunni mehr für 256 und nochmal ein Hunni mehr für die Plus-Variante. Dann hast du die Schallmauer von 1000 durchbrochen. Waren das jetzt 850 war der Euro-Preis aber schon, oder? Oder war das Dollar? Ja, ich glaube 850 Euro kostet das. Okay, dann hast du 1050 Euro. Ja, aber jedenfalls, das hatten wir ja schon mal berichtet oder darüber geredet, dass man nicht mehr sagen kann, nur allein Apple hat die Mon-Preise. Samsung ist auf dem besten Wege da aufzuholen. Ja. Gut, was hat das denn noch so krass? Ich meine, was kann es jetzt? Der große Unterschied ist im Endeffekt die Kamera. Denn ich finde immer witzig, wie Samsung die Keynote aufzieht. Das ist mittlerweile irgendwie fast lächerlicher als Apple, weil man jedes kleine Detail als Revolutionär dann irgendwie noch betitelt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Samsung hat im Vorfeld sogar gesagt, also der Titel war die Phone oder die Smartphone Reimagined. Na klar. Und dann bringt man quasi das gleiche Design, ein bisschen mehr Display, ein bisschen bessere Kamera, eine Gesichtserkennung, die nichts taucht. Das klingt jetzt irgendwie Apple-Fanboy-artig, aber es ist tatsächlich so. Es ist einfach eine Evolution. Niemals irgendwie ein Smartphone Reimagined. Naja, also was kann es denn jetzt? Es hat ein 5,8 Zoll Display, ist glaube ich ein bisschen mehr als der Vorgänger und das Plus-Modell 6,2 Zoll. Ja, es hat immer noch oben und unten so einen dünnen Rand. Keine Notch oder so, wie man das von Apple kennt. Sie sagen, das Infinity-Display, das beste Display, das es je gab, beste OLED-Display, das es je gab. Laut den ersten Tests ist es wohl auch so, also gerade die Farbdarstellung und so ist tatsächlich sehr geil. Am spannendsten ist wohl die Kamera. Es gibt jetzt irgendwie 960 Bilder pro Sekunde bei der Slowmotion und eine F1.5 Blende. Genau, und das ist ein bisschen das Highlight. Das ist schon ziemlich krass. Ich meine, man kennt es von Smartphone-Kameras, so F1.7, F1.6, das ist schon ziemlich, ziemlich geil, gerade bei dunklen Umgebungen dann. Und F1.5, ich habe schon Testfotos gesehen, gerade das Bouquet, also quasi der Hintergrund, der verschwimmende Hintergrund, den Apple probiert künstlich mit dem Portrait-Mode zu faken, quasi, der wird mit einer F1.5 Blende technisch sogar sehr, sehr gut natürlich möglich. Also, dass man wirklich ein natürliches Bouquet hat, das sieht sehr geil aus und das muss ich Samsung lassen. Ich mache sehr, sehr viele Fotos und das möchte ich eigentlich mal ausprobieren. F1.5, das ist also so eine Variable-Blende. Es gibt F1.5 und F1.2.4, die kann wirklich hin und her switchen. Die eine, die eine von den beiden. Wir reden, also ich rede immer, wenn ich mir das S9 vorstelle, dann habe ich immer das Plus vor Augen. Das kleinere, daran denke ich irgendwie gar nicht. Und das ist ja auch wie bei Apple, immer im Plus-Mode, da gibt es die Dual-Kamera und da ist diese eine Linse halt variabel, ja genau. Das ist auch, glaube ich, in einem Smartphone ist tatsächlich erst, erstmals so. Es sei denn, es ist irgendein Spezial-Exode, den ich nicht so gestimmt habe. Nee, da ist Samsung Vorreiter und wie gesagt, Dual-Kamera nur beim Plus-Modell, wird auch für, für Zoom verwendet. Oh, das ist sehr, sehr ähnlich umgesetzt wie bei Apple. Dann, wenn man von der Kamera ein bisschen weggeht, es gibt jetzt endlich Stereo-Lautsprecher, die 40% lauter sind, glaube ich. Und irgendwie Dolby Atmos irgendwie, ja 40% lauter. Die selbe Zahl, die beim iPhone X nach damals war, einfach gleich zum iPhone 7. Ah, ja. Ja, aber das iPhone X ist auch deutlich lauter. Das muss ich schon sagen. Ich habe das nie wirklich verglichen. Das klingt schon sehr geil, ja. Ich war nur irgendwie über die Zahl verwundert, dass beide 40% sagen. Das ist sehr schwer, das ist ja auch setzbar. Naja. Ja, kann man jetzt Samsung vorwerfen, ja. Dann, was gibt es noch? Ich meine, schade ist, dass der Bixby-Button auf der Seite geblieben ist, der, da haben sich ja sehr, sehr viele aufgeregt. Man kommt irgendwie im Alltag öfters dran, aktiviert dieses dämliche Bixby, was nochmals schlechter ist als Siri. Können wir uns eh klemmen, weil es in Deutsch verfügbar ist und noch nicht kommt. Niemals, niemals, niemals. Also von daher kann man Bixby gleich abschalten. Zumindest nicht in dem Umfang, ja. Ja, aber gut, man kann den Knopf nicht mal umprogrammieren auf eine andere App. Da läuft einfach nur Bixby. Quasi ein Knopf für Bixby. Das möchte man irgendwie unter allen Umständen durchpushen. Die Namen hören sich auch verprügelt, oh, ganz im Ernst, wer kann sich so einen Namen ausdenken? Bixby gibt es auch gar nicht. Was heißt das überhaupt? Bixby, ja. Also ich finde den Namen, der Name ist noch das Beste daran. Da gibt es gar nichts Gutes dran. Okay, 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 weiter geht's. Ja, was gibt es sonst? Der Fingerabdrucksensor wandert endlich unter die Kamera. Das war ja einer der größten Kritikpunkte. Und ich habe das auch selber mal ausprobiert beim S8 und beim Note 8 vor allen Dingen. Also der Fingerabdrucksensor direkt neben der Kamera. Das ist dermaßen weit oben, das ist einfach nur, das ist grässlich da irgendwie noch dran zu kommen. Und dann hat man ja das Problem, die Gesichtserkennung, ja, die ist am Start. Also gerade bei den Note-Geräten war das damals die Diskussion. Aber die ist recht unsicher und viele haben das dann deaktiviert oder im Alltag. meistens nicht genutzt, aber der Fingerabdrucksensor, der ist kaum erreichbar. Und das ist dann schon ziemlich schlecht. Also die Entsperrmethoden da, das hat sich verbessert und der Klinkenanschluss ist noch vorhanden. Ja. Ja, immerhin. Ja, noch eine ganz interessante Randnotiz ist vielleicht die Sache von den abgekupferten Emojis, Animojis, die keine so richtigen sind. Also es ist diese Geschichte da, das S9 hat die AR-Emojis. Genau, AR-Emoji. Die nicht so richtig gleich sind wie die von Animojis vom iPhone 10, wo aber schon ziemlich schnell Leute gesagt haben, naja, naja, das ist auch abgekupfert irgendwie. Und naja, irgendwie muss Samsung sich wohl recht schnell in der Defensive gesehen haben, weil sie dann auch ziemlich bald gesagt haben, nein, nein, das ist was völlig anderes. Das wurde jahrelang entwickelt. Das kann gar nicht abgeschaut sein. Und wie gesagt, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen anders darstellt, ist auf jeden Fall, für mich liegt nahe, dass die Idee irgendwas mit AR und mit der Frontkamera, die dann quasi einbezogen wird und da irgendwas mit animierten Sachen zu machen, auch wenn das Ergebnis anders aussieht, ich glaube die Idee, da kann man schon sagen, das ist eine Samsung, ich weiß nicht, war es der Chef der Smartphones-Sparte, der hat in einem Interview gesagt, wir haben eine eigene Roadmap und Apple interessiert uns nicht so ungefähr. Genau. Naja, ich weiß nicht, aber Samsung, also gerade wenn man jetzt so in der Vergangenheit die Produkte ansieht, hat man sich schon das ein oder andere Mal wirklich offensichtlich an Apple orientiert. Naja, wir wollen da jetzt nicht zu... Also das ist auch so, die machen das ja gegenseitig und das ist auch gar nichts grundsätzlich Verwerfliches, weil Wettbewerb treibt ja auch wirklich die Customer Experience, wenn man so sagen möchte, voran. Das finde ich immer nur so scheinheilig. Ich finde, man kann es auch ruhig zugeben, wenn man sagt, jo, da hatte der Kollege von der Firma Meier-Müller irgendeine geile Idee, die machen wir jetzt nach, anstatt so. Naja, aber da mutest du Samsung und Apple jetzt schon sehr viel zu. Ich meine, stell dir vor, Phil Schiller steht oben und sagt, jo, da muss ich jetzt mal auch ein Lob an Samsung aussprechen. Du, hat alles schon gegeben. Also ich erinnere nur daran, wie Tim Cook und dieser Microsoft, wer war da denn das noch, bevor er abgetreten ist, die haben sich doch auch auf einer Keynote gemeinsam gezeigt, nicht Cook oder Microsoft, war das nicht sogar Schiller, wo sie dann gemeinsam Office auf Mac und iPad präsentiert haben und gesagt haben, jo, wir arbeiten super zusammen. Also ich meine, hat es alles schon gegeben. Also ganz kurz noch mal etwas technischer. Wir haben 4 GB RAM. Beziehungsweise 6 GB im Plus, sorry. Genau beim S9. Du bist irgendwie der Plus-Fan. Ich bin immer beim normalen S9. Ein 64-Bit-Oktacore-Prozessor. Das ist, glaube ich, auf 10 Nanometer Basis. Ja, ist ganz ordentlich. Wobei man sagen muss, die nennen das alle 10nm-Prozess, das, äh, 10nm, das machen die anderen Fabs auch, aber ich habe mich letztens mal da ein bisschen eingelesen und da verlässt mich dann meine, ähm, Schleuer auch bald wieder. Was ich jedenfalls da rausgeholt habe, ist, die Zahlen sagen irgendwie gar nichts mehr so richtig, wie viele Nanometer das wirklich sind. Es gibt auch schon 7nm-Prozesse, aber das muss gar nichts mehr besagen. Es kann auch größer sein, es gibt dann teilweise auch so Begriffe wie 10nm-Plus, das heißt dann, dass sie dann irgendwie 14 bis 16 groß sind oder so. Es heißt irgendwie nur, dass man immer eine Generation weiter sind und irgendwo wurde da auch in dieser Expertise, die ich mir angeeignet habe, erklärt, wie man darauf schließen könnte, wie groß die Dinger wirklich sind. Da sie aber definitiv zu klein sind, um von uns vernünftig gesehen zu werden, ist es auch gerade egal. Nur, das habe ich mir gemerkt, die Nanometer gehen aus diesem nm nicht mehr so richtig hervor, was eigentlich irgendwie schade ist, weil man sich nicht mehr mehr darauf verlassen kann. Das ist eigentlich spannend, ja. Ja, spannend. Was noch spannend ist, äh, der Akku, 3000 mAh beim S9, 3500 beim S9 Plus, das ist für ein Android-Phone nicht die Hölle. Das ist es nicht wirklich viel. Und, ähm, es hatte der Vorgänger, das S8 schon nicht die geilste Akkulaufzeit, das war so mitunter der größte Kritikpunkt von dem Gerät, weil, wir wissen es, im Vorfeld eben der Note 7-Skandal da war und Samsung da sich in der Defensive gesehen hat, wohl auch zu Recht. Und, ähm, ich bin jetzt mal gespannt, wie sie das, äh, so effizienzmäßig auf die, auf die Reihe bekommen haben, denn 3000 mAh für 5,8 Zoll ist echt wenig im Android-Bereich. Ja, man könnte ja jetzt optimistisch sein und sagen, naja, sie haben einen Prozessor, eine Inhouse-Produktion, ähm, sie kontrollieren zumindest Teile, das ist, äh, Produkt ganz gut, Prozessor, Hardware-Design, alles das kommt aus dem eigenen Haus. Sie können auch in, äh, in Maßen Android anpassen, natürlich. Von daher, vielleicht haben sie ja diesen Gestaltungsfreiraum genutzt und es Power-mäßig, Power-Management-mäßig, ähm, ein bisschen versucht, Apple nachzumachen. Wird sich dann zeigen in den ersten Langzeittests, die ersten Kurzzeittests, was die Performance angeht, die gibt es schon und die sind ganz, ganz übel. Aber, ähm, so schlecht, dass selbst die Tester teilweise gesagt haben, es kann nicht sein, es ist, es kann nicht mit rechten Dingen dazu gegangen sein, weil die Benchmarks, die man mit Geekbench, ähm, gemacht hat, ähm, dieses Tool da, die, ähm, blieben nicht nur hinter dem iPhone X zurück, sondern auch hinter dem iPhone 8 und im Browser-Benchmark sogar hinter dem iPhone 7 zurück. Die waren so schlecht, dass man davon ausgeht, dass das irgendwelche Vorseriengeräte sind, wo noch das letzte Feintuning nicht, äh, nicht erfolgt ist, weil mit diesen Werten werden sie es mit Sicherheit nicht in den, äh, Massenmarkt schicken, aber wir haben ja eben gesehen, bis zum 16. März, da haben sie ja noch Zeit. Ist noch etwas Zeit. Ja, zum Glück, stell dir vor, die würden es am 9. schon. Das würde dann knapp werden, ja. Ja, ähm, ja, Samsung war doch, äh, war nicht Samsung, da hatte, die hatten nochmal einen Skandal mit Beach, äh, mit Geekbench, weil sie die App irgendwie, äh, quasi, weiß nicht, hatten sie die gehackt. Nicht wirklich gehackt, aber sie hatten das Telefon so angepasst, dass es bei Geekbench unfassbar gut abschließt oder solche Dinge. Ja, das war, das war das, was wir damals verglichen haben mit dem, ähm, Abgastest der Smartphone-Branche. Ja. Jo, das machten aber teilweise andere Hersteller auch, rein weiße sogar welche. Ähm, bei Apple weiß ich es jetzt gar nicht. Ich glaube da nicht, aber das mag auch daran liegen, dass ich glauben möchte, dass Apple das niemals tun würde, ich bin mir aber nicht sicher, ob da irgendwas entdeckt wurde. Was wir aber, ja, man muss schon sagen, die, die Prozessoren, die Apple letztens verbaut, sind schon unfassbar gut, also das ist nicht wirklich, äh, das beruht nicht nur auf den Geekbench, sondern auch an anderen, in anderen Tests schneiden die halt einfach wahnsinnig gut ab. Ja, das stimmt. Dann ist das noch echt gut auf die, auf, auf die Software abgestimmt, also die, die neuen iPhones rennen und das tun sie auch nach einem Jahr. Ja, ich weiß, dass jetzt die, die ersten S8-Geräte beginnen, sehr, sehr träge zu werden. Ich habe das von manchen gehört und das ist einfach schade. Ich meine, das Teil kostet halt anfangs, ja, knapp unter 1000 Euro und man bekommt jetzt, man muss jetzt schon zittern, das neueste Android zu bekommen und es rechtzeitig zu bekommen und es wird schon langsamer und alle diese Dinge sind einfach schade, dass Samsung das nicht gebacken bekommt. Ja, da gab es ja neulich auch so eine Auswertung eines, als Sicherheitsfonds, das Security Lab hatte das gemacht, die hatten verschiedene Smartphone-Hersteller, evoluiert hinsichtlich ihrer Update-Versorgung der Geräte und da, klar, ist wenig überraschend, Apple liegt vorne, die haben ja diesen Fünf-Jahres-Turn immer, nachdem dann die letzte iOS-Version für ein iPhone erscheint in der Regel. Dann kommt eine Menge nichts, dann kommt Android, die ersten Android-Phones sind dann das Google-Stock-Android und dieses Essential-Phone, was schon wieder tot ist und Samsung war ganz, ganz abgeschlagen. Die unterstützen ja nicht mal ihre Flaxschiffe richtig lange und die Billigprodukte, die sie da haben, die sind teilweise schon so nach ein, zwei Quartalen mehr oder weniger raus. Dann gibt es nochmal ein Update und das war es dann. Das ist ganz übel. Ja, es ist wirklich krass. Es ist einfach gerade, ich meine, es gibt einen ziemlichen Preisverfall bei den S, bei der S-Reihe und auch bei der Note-Reihe bei Samsung immer. Es ist dann schnell mal 30, 40 Prozent runter von der UVP. Aber trotzdem, schade, dass solche großen Konzerne das irgendwie nicht gebacken bekommen. Ich meine, Samsung könnte doch mit Google locker irgendwie besser zusammenarbeiten, dass man irgendwie eine Art Samsung-Android rausbringt. Ich meine, Samsung hat eine eigene Oberfläche drauf, aber das macht das Ganze nur noch schlimmer. Google erzwingt das ja demnächst auch mit, also alles, was ab Android 8.0 kommt, muss diese neue Android-Eigenschaft unterstützen, die ich jetzt gerade nicht mehr so vom Namen her weiß, aber die quasi es ermöglicht, Updates ganz, ganz schnell und ohne Netzbetreiber-Umweg und so zu bringen und so. Aber das hatten sie schon mehrmals versucht, das wird sich diesmal auch wieder zeigen müssen, wie gut das klappt. Ich wollte gerade auch sagen, Google sagt das irgendwie schon seit Jahren, dass man da dran ist, um vor allem mal die blöden Provider da endlich außen vor zu lassen. Das ist wirklich krass. Das war auch in dieser Studie, die du dir eben erwähnt hattest. Da wurde auch analysiert, wie stark abhängig der jeweilige Smartphone-Hersteller vom Provider ist. Und manche sind da tatsächlich so, dass es bei manchen Providern ein Quartal dauert, bis ein Provider das freigibt. Ein Software-Update, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ganz furchtbar. Das ist ja etwas, das wir beim Einzelnen zum Glück niemals haben. Und damit können wir vielleicht auch so ein ganz bisschen den Bogen wieder schlagen, bevor uns noch die Hörer von der Fahne gehen. Ja, geht aber nicht wirklich ums iPhone, unser zweites Thema, aber endlich wieder um Apple. Es geht um die MacBooks. Da ist ein ziemlich cooles Patent, wurde angemeldet. Roman hat die Details dazu. Ich habe mich noch nicht so ganz eingelesen. Genau, das ist etwas, das als Idee nicht ganz neu ist, nämlich ein MacBook ohne Tastatur. Das gibt es schon länger als Konzeptgeister, das immer wieder mal herum. Apple hatte auch schon mal Patente in diese Richtung und die haben eine besonders lange Halbwertszeit, bevor die mal durch die Bürokratie durchgelaufen sind. Das aktuelle Patent wurde 2015 angemeldet, wurde jetzt erst erteilt und beschreibt eben ein, ja, Apple nennt das erst einmal sehr vage Dual Display Device. Und das ist einfach ein Gerät, das zwei Bildschirme haben kann. Dann ein LCD-Display, das vermutlich das normale, konventionelle der Bildschirme ist. Und ein OLED-Panel, das könnte ein Keyboard darstellen. Ein kontextsensitives Keyboard, das könnte dann je nachdem bestimmte Ausschnitte der Tastatur vergrößern oder das Tastatur-Layout wechseln, wenn es halt angezeigt ist. Und das wird deswegen so interessant, weil es ausgeschlossen wird, dass damit gemeint ist, zum Beispiel zwei iPads könnten displaymäßig quasi zusammengenutzt werden. Nein, es ist definitiv schon als ein Gerät geplant. Ja, da hört es dann auch mit den Details. Es wird aber noch beschrieben, dass verschiedene Methoden vorgesehen sind, um Spiegelungen zu verhindern, die entstehen könnten, wenn da Lichtschwiegelungen und so. Ja, also man geht davon aus, man sieht dann erstmal dieses Notebook, das eine OLED-Tastatur hat, weil die Idee eben schon da gewesen ist. Was in dem Patent noch erwähnt wird, ist das eine weitere Erscheinungsform, nämlich mit abnehmbarem Bildschirm. Also das, was man auch Detachable nennt. Und wie das konkret aussieht, habe ich mir jetzt mal angucken dürfen. Ich habe nämlich seit kurzem das Surface Book 15 hier, das unlängst hier auch nach Deutschland gekommen ist, und das hat so ein Detachable. Das ist quasi dieses, du kannst den Bildschirm abnehmen. Ich habe mich immer gefragt, wozu denn um Himmels Willen das gut sein soll. Also es ist mir vom Konzept ja schon klar, man kann dann das Ding auf dem Schreibtisch stehen haben, und wenn du da einen Film gucken möchtest, kannst du quasi den Bildschirm abnehmen und mit ins Bett nehmen. Ja, jetzt habe ich mir das mal angeguckt, wie das in Konket funktioniert. Du musst dann eine Taste drücken, dann entriegelt sich da so ein Mechanismus, und den kannst du dir dann den Bildschirm abziehen. Ja gut, es ist eben ein Windows Notebook, und als solches verhält es sich eben auch. Wenn du das eben machst, dann bleibt erstmal eben alles, wie es ist. Du musst dann, um es ein bisschen nüserfreundlicher zu machen, nochmal manuell so einen Tablet-Modus aktivieren, den es zwar gibt, der aber automatisch nicht anspringt. Gut, das kannst du dann einstellen allerdings, dass das automatisch geht. Dadurch ändert sich zwar irgendwie nicht viel in der Gestaltung, eigentlich gar nicht viel, aber zumindest ein bisschen, aber das sind alles so Windows-typische Eigenschaften. Generell muss ich sagen, ich habe schon einige Windows Notebooks getestet, und noch nie ein Surface. Das ist ja immer das Geilste. Also quasi, es wird ja auch von Microsoft als der iPad-Macbook-Herausforderer die Windows-Referenz des Best-Practice-Use-Case, also was man alles an tollen Sachen mit seiner Windows-Maschine machen kann. Und ich muss zugeben, ich neige dazu, das jetzt auch ein bisschen zu verstehen. Also so echt ich auch geflucht habe über viele Windows-Maschinen, die ich da teilweise hatte, weil ich dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein, was ihr hier anbietet. Das ist teilweise beim Surface auch immer noch so ein bisschen so. Man merkt, dass dieser Umbauprozess zu einem wirklich modernen System noch in vollem Gange ist. Gerade dieses ständige Hin- und Herwechsel inzwischen, ich duze dich, ich sieze dich, ich spreche dich teilweise mal beleidigend, distanzlos an in den Dialogen und dann bin ich wieder seriös, professionell im Ton. Das ist total irritierend, alles, aber das Teil ist total geil. Das muss man sagen. Und dieses Detachable-Konzept gefällt mir auch echt ganz gut. Deswegen wäre ein MacBook auf diese Weise, kann ich mir jetzt viel besser vorstellen, wie das aussehen könnte und wozu man das auch brauchen könnte. Wenn das dann auch mit macOS schön umgesetzt ist, dann... Im Endeffekt stellt sich für mich immer die Frage, wie geil ist ein MacBook ohne wirkliche Tastatur? Das ist eben der große Knackpunkt, ja. Ich meine, ich hätte es noch vor zwei, drei Jahren gedacht, nie im Leben so ein Dreck. Und dann hat, als Apple mit diesem Butterfly-Zeug da um die Ecke kam, habe ich mir auch gedacht, muss das jetzt echt sein, jetzt quasi noch das einzige geile Ding, was die MacBooks zu MacBooks gemacht hat, die geile Tastatur. Und es ist nicht so schlimm im Endeffekt. Ich habe mich daran gewöhnt und finde mittlerweile die alte total schwammig. Das heißt, ich glaube, man könnte sich sogar an eine Touch-Tastatur gewöhnen. Das wiederum glaube ich nicht. Doch, doch. Und das, also ja, man kann das sicherlich, man kann sich daran gewöhnen, man kann auch, aber ich glaube, ich, also daran möchte ich mich auch gar nicht gewöhnen, weil das ist etwas, du, also ich meine, eine Zehn-Finger-Tipp-Tastatur, du kannst, ich kann das zumindest, ich kann in Maßen natürlich, aber es geht, ein Gespräch führen und derweil einfach weiterschreiben, weil mein Verstand weiterschreibt, wie das so eine Sekretärin eben auch macht. Das geht aber mit einer Touch-Tastatur einfach nicht, es wird nicht gehen. Das Einzige, was ich mir halt überlegen könnte noch, was das eventuell so ein bisschen wieder ins Reich des Möglichen bringt, das ist aber auch eine sehr, sehr fabulöse Sache. Ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt auch fürs iPhone und iPad vor allem so ein Tastatur-Layout, Flexi heißt das. Und das funktionierte so, dass man einfach ganz normal mit zehn Fingern schreibt. Du musstest dann das Ding immer ins Querfahrt machen und dann tippst du auf einem leeren Bildschirm einfach, wie du zehn Finger schreiben würdest, aus dem Kopf heraus. Und der Algorithmus setzt das dann in 99 Prozent der Fälle in richtige Worte um. Das fand ich anfangs total irritierend, die Vorstellung. Ist es auch? Weil man muss alles, was man so an Zatzzeichen und irgendwelchen Sonderzeichen hat, muss man mit so Gesten machen, die man erstmal lernen muss. Aber das eigentliche Tippen ohne Tastatur, also wirklich auch ohne Tastatur, geht für einen Zehn-Finger-Profi-Schreiber wirklich gut, wenn du dich darauf einlässt. Das wäre das Einzige, was es mir irgendwie vorstellbar machen würde, auf so einem Notebook zu tippen. Aber eins mit einer klassischen Bildschirm-Tastatur? Nein! Ich glaube, dass Apple gerade im Zusammenhang mit dem 3D-Touch da schon was Geiles machen könnte. Dass man wirklich, also dass man noch irgendwie das Gefühl hat, auf eine Taste zu tippen und auch irgendwo fühlen kann, wenn die Taste zu Ende ist. Ich meine, irgendwie ein geriffeltes Glas oder was weiß ich, irgendwie muss das doch möglich sein. Weil wenn ich meine, das ist ja jetzt schon so bei den Trackpads, da denkst du wirklich, du drückst auf einem riesen Knopf rum. Ist aber nicht so. Da bewegt sich nicht. Hätte ich als jetzt die Aufnahme gestoppt, ja. Also ich glaube, dass das umsetzbar ist. Nicht in naher Zukunft. Ich glaube auch nicht, dass das die Nutzer mit sich machen lassen. Aber in Zukunft auf jeden Fall. Also da fällt mir gerade was ein, es gab vor ein paar Jahren mal schon was ähnliches tatsächlich, nämlich von Blackberry. Die hatten da ein Smartphone, ich glaube, das war auch teilweise in ihrem Tablet. Die hatten mal so eine Art Tablet-Notebook-Dings, Playbook hieß das. Und das war so was ähnliches schon. Da konnte man so, so, so auch so reindrücken quasi. Das sollte das haptische Gefühl einer Taste ergeben, aber mit einem Touchscreen im Grunde. Also das war so eine Art sehr frühe Version von 3D-Touch. Die nannten das Flip-Touch oder so. Auf jeden Fall war es total irritierend. Oder Crunch-Touch oder irgendwie sowas. Also höchstens so. Aber das jetzige 3D-Touch, wie es jetzt so ist, und auch dieses Trackpad. Ja, stimmt, man kann das drücken und es gibt irgendeine Art Druckpunkt. Aber mir würde das nicht reichen. Also da müsste tatsächlich noch, es müsste viel geiler werden, um da noch irgendwas zu reißen. Sonst würde ich ein Surface kaufen. Leute, also macht das nicht. Wenn man jetzt mal weggeht von der Tastatur. Was wäre denn sonst umsetzbar? Ich meine, wir haben jetzt die Touchbar. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das Teil komplett unnötig. Ich finde es noch viel unnötiger jetzt, wenn ich so darüber nachdenke und diese Touchbar sehe, als ich sie anfangs sinnlos mitzendet habe. Weil damals dachte ich mir schon, ja, das wird man dann halt irgendwann gar nicht mehr verwenden. Und so ist es. Ich wusste gar nicht, dass ich die habe. Ich meine, das Geilste ist wahrscheinlich, die Helligkeit darüber zu regeln. Aber ich meine, das kann es doch nicht sein. Das war letztens ganz, ganz witzig. Ich war mit ein paar Freunden zusammen zu sitzen und dann habe ich auf Netflix geguckt. Ich saß am Ende vom Raum und da meinte dann der eine so, wie kann ich das jetzt ja heller machen? Ja, diese komische Leiste da oben. Okay, er sucht, er sucht, er sucht, er findet es irgendwann. Dann sagt er, wie kann ich das jetzt lauter machen? Und ich so, ja, dann musst du dann nach rechts so auf dieser Leiste. Oh, nee. Also es ist wirklich wahr. Wobei die Leiste. Es ist wirklich ein großer Wurf ist das nicht. Nee, es ist auf jeden Fall nicht. Es gibt einige Konzepte zu Touch Bar 2 und so, wie das größer, wie das besser wird. Der einzige Vorteil ist, dass es cool aussieht. Und ich habe das schon selber erlebt, dass manche Freunde gar nicht mehr klargekommen sind, als sie ein Touchscreen quasi als Knöpfe da bei der Tastatur gesehen haben. Aber ansonsten, nee. Was ich mir aber dachte, wenn das Ganze jetzt so OLED-Display, keine Ahnung, was ist, das Logischste wäre doch eigentlich, das Dock dahin zu machen. Ich meine, das Dock nimmt doch einen beachtlichen Teil vom Display weg, wenn man die Option aktiviert hat, dass sie immer da ist. Und gerade wenn man sehr viel zwischen Apps hin und her wechselt, quasi per Drücken direkt eine App launchen zu können, eine App wechseln zu können, das Dock mit Touchscreen ständig dargestellt, das wäre geil. Das ist ja bei den, gut, Windows hat kein Dock, aber bei Windows, da gibt es ja unteren Rand auch so eine Art Sachen, wo diese Anwendungen sind. Und das hat ja ein Touchscreen, das Surface. Und deswegen habe ich das ja auch schon ein paar Mal ausprobiert. Und ich muss sagen, allein aus dieser Perspektive, also ich kriege da sofort, nur wenn ich ein- oder zweimal da unten was drauf tippe, wird mir der Arm lahm. Das ist genau wie Steve Jobs damals gesagt hat, es ist zwar theoretisch liegt das nahe, aber praktisch macht das total keinen Spaß. Ich mache es immer irgendwie anders drin. Ja, wobei es ist noch ein minimaler Unterschied. Weißt du, ich glaube, ich meine statt der Touchbar, also wirklich über der Tastatur, nicht im Display. Ach so. Ach so. Man hat quasi das Dock über den Zahlen quasi, ja. Oder über der aktuellen Touchbar, weiß nicht. Eine zusätzliche Touchbar, wo das Dock ist. Das wäre, habe ich mir schon oft gedacht, dass das eigentlich geil wäre. Und irgendwie auch naheliegend. Ich meine, da ist jetzt Metall. Warum macht man da nicht das Dock hin? Wäre eigentlich geil. Ich gucke mir gerade meinen MacBook an und ich sehe auch, da ist noch so ein Streifen, da könnte man auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Müsste man halt nur sich irgendwie drauf einlassen, dass das, was am Bildschirm da unten ist, dann da oben. Aber ja, das könnte man sicherlich. Ich persönlich finde ja, die müssen da in die Touchbar, muss 3D-Touch rein, damit man da wenigstens ein haptisches Feedback hat beim lauter und leiser machen und der Bildschirmhelligkeit. Und ich finde auch, diese Touchbar ist dadurch, dass sie da quasi in diesem Winkel von diesem Scharnier ist, ein absoluter Staubfänger. Aber das liegt auch ein bisschen daran, dass ich meinen Notebook halt wirklich immer in Cafés habe und teilweise auch mal Zucker draufkommt. Aber ernsthaft, also, wenn ich da drüber wische, da ist immer... Hallo? Ja. Ich höre dir noch zu. Ich weiß nicht, wie es bei unseren Hörern ist. Bin ich mal wuchtvoll rübergekommen. Da ist also immer Staub drauf. Bei mir ist das gar nicht so schlimm. Ich sitze aber auch nicht so oft in Cafés oder so. Was mich eher aufregt, wenn ich jetzt noch so einen Kritikpunkt hätte, ist der Fingerabdrucksensor. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist der so unfassbar lahm. Keine Ahnung, ob ich ein schlechtes Gerät habe. Aber meines Wissens ist da auch noch Touch-ID, ich weiß nicht, 1.5 oder so drin. Also nicht der, der mit den iPhone 7-Geräten oder mit iPhone 6s-Geräten gelauncht wurde. Also ich bin ja mal echt erstaunt, weil normalerweise bin ich ja immer derjenige, wo irgendwelche Sachen nicht wie versprochen funktionieren. Aber bei Touch-ID, muss ich sagen, es geht echt so schnell. Nee, bei mir gar nicht. Genauso schnell wie damals beim iPhone. Hä, nee, 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 nee. Vielleicht mal eine Einrichtung. Ja, muss ich mal probieren. Ja, ja. Irgendwas wollte ich eben noch dazu anmerken, bevor, was war es denn, was war es denn? Ach ja, genau. Touch-ID und so. Also auch wieder so Bogen zum Surface. Da gibt es ja schon länger diese Gesichtserkennung. Das heißt dann Windows Hello. Das wollte ich immer schon mal ausprobieren. Jetzt kann ich es mal sagen. Es funktioniert wirklich, wirklich gut. Also du sitzt davor und der erkennt dich sofort. Wenn du dann zur Seite guckst, dann klemmt es natürlich. Dann sagt er, ich versuche sie zu erkennen. Ich versuche sie zu erkennen. Übrigens, da wird er wieder zum Siezen übergehen, während auf dem Sperrbildschirm, den es ja mittlerweile auch bei Windows gibt, dann das Do irgendwie kommt und gelegentlich bei Windows mal so Einblendungen kommen wie gefällt dir das? Und dann so komische App- oder Werbeeinblendungen, wo ich auch immer denke so, ey, ihr wisst aber auch nicht, was los ist. Aber jedenfalls Windows Hello funktioniert ziemlich geil. Und von daher weiß ich definitiv auch, gut, die setzen das anders um als Apple. Da ist es dann eine Infrarot-Kamera, die die da eingebaut haben. Sowas ist teuer. Andererseits ist die True-Depth-Kamera auch teuer. Und im Grunde sehe ich keinen Grund mehr, dass der gegen Face-ID am Mac spricht. Dann hast du diesen Fingerabdruck eben. Ja, Face-ID am Mac ist, was das sicher kommt. Ich meine, warum nicht? Selbst wenn man nicht randlos und nichts macht, sondern da ist genügend Platz für so eine 3D-Cam. Und das ist auch absolut sinnvoll, weil man im MacBook meistens mit dem richtigen Winkel zum Display sitzt, würde ich jetzt mal sagen. Gerade auch beim Aufklappen müsste also das Entsperren einfach sehr, sehr gut funktionieren. Was ich mich echt halt frage, ist, ob, also da könnte wirklich Apple mal punkten mit macOS. Sie haben immer gesagt, es wird kein Touchscreen macOS geben, aber wenn diese an die Touchable bringen würden, müsste es dir doch irgendwie eins geben. Weil es müsste dann ja, wenn du es abnimmst, das D-Bildschirm, dann wäre aber quasi das Versprechen eingehalten. Es wäre kein klassisches, also kein Touchscreen macOS, aber Apple könnte dann komplett diese, es könnte dann in so eine Art iPad-Modus schalten, weißt du? Das wäre natürlich schweinaufwendig irgendwie, da müssten sie, aber dafür würde sprechen, dass diese Versuche, die Code-Basis zu harmonisieren, immer weiter vorangeschritten sind. Also wenn sie es softwaretechnisch, gut, was ja letztens nicht so ihre große Spezialität war, aber wenn sie das richtig, richtig gut machen, dann wäre es quasi ein iPad, wenn du es abnimmst, ein iPad Pro, sagen wir mal, so ein Architekten-iPad, und wenn du es wieder draufstellst, dann geht er wieder zurück auf die macOS-Umgebung, die im Desktop-Modus quasi ist, im Workstation. Würde absolut Sinn machen. Ich meine, warum nicht? Also sowas würde ich echt lieben. Also dann würde ich sie feiern dafür, dass sie den Mac noch erfunden haben. Ganz im Ernst. Na gut, warten wir es ab. Warten wir es ab. Wir können aktuell, das ist jetzt halt alles so quasi entsprungen aus diesem Patent. Das sind ja alles Spekulationen, unsere persönliche Meinung. Jetzt ist mal patentiert worden, und wir wissen, Apple patentiert jeden Dreck, unter Anführungszeichen, ob das dann im Endeffekt überhaupt angedacht wird, auf den Markt zu bringen. Das ist eine ganz andere Geschichte. jetzt geht es noch um was ganz anderes. Es gab ja... Genau, da war noch die Sache mit dem Kopfhörer. Ja, genau. Ich habe gerade auf unsere Shownotes geblickt. Da stehen noch drin Apple-Kopfhörer. Und um das jetzt mal... Ja, das war etwas, was an mir vollkommen vorbeigegangen ist. Ich habe das gesehen, dass das kam bei uns, und ich habe gesagt, ja, Kopfhörer, Kopfhörer wieder. Lukas, du hast darüber geschrieben, was ist denn da los? Ja, das ist irgendwie noch am... Ich glaube, in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es erschienen, und ich bin sonntagsmorgen aufgewacht, war noch in den Bergen, kurz Skifahren. Da dachte ich mir, Herrgott, jetzt... Da war der iPhone-Leak, glaube ich, am Start, und dann irgendwo noch so, Apple soll jetzt Over-Year-Kopfhörer bringen. Und von der durchaus seriösen Quelle, dann... Ja, also, es gibt keine Details. Das Einzige, was wohl... Ich glaube, Bloomberg war das sogar. Die haben gesagt, ja, Apple ist drauf und dran, Over-Year-Kopfhörer noch dieses Jahr auf den Markt zu bringen, mit einem Bügel, der Wireless-Charging-fähig ist. Mit dem... Mit dem... Mit dem Chip drin, halt wie man das quasi von den AirPods kennt, nur eben in geiler Audioqualität und langer Akkulaufzeit. Quasi richtig tolle Over-Year-Kopfhörer. Ein quasi Beats mit Apfel. Ja, genau. Und du sagst es schon, du sprichst es schon an, Beats mit Apfel. Warum? Warum? Man hat die Beats-Kopfhörer, man hat mittlerweile auch die Chips drinnen. Es erschließt sich mir nicht wirklich, warum man jetzt auf einmal das ganze Apple brandet. Ich meine, man hat den HomePod jetzt, man hat die AirPods. Die beiden Produkte laufen sehr, sehr gut, laut den ersten Prognosen. Ich glaube auch, dass Apple Over-Year-Kopfhörer sehr gut laufen würden. Aber warum macht man das Ganze unter einem Apple-Brand, wo Beats doch immer noch eine sehr geile Marke ist, sehr viel Marketingaufwand betreibt. Ich habe es Roman im Vorfeld schon ein bisschen angedeutet. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Apple in, vielleicht nicht kurzfristig, aber mittel- bis langfristig, Beats eher als technologische Grundlage für die Apple-Produkte ansieht, weniger als Marke. Ich meine, wir wissen, bei Apple Music ist schon sehr viel Beats-Technology, oder was damals Beats-Music war, als Grundlage verbaut. Bei den AirPods und dem HomePod ist ganz sicher auch was von Beats drinnen. Das war das jetzt, ich meine, der HomePod ist unfassbar basslastig, da haben auch schon einige gesagt, Ja, das ist eine Beats-Box quasi mit ein bisschen, ja, mit Apple-Logo quasi. Ich bin mal sehr, sehr, also ich bin unfassbar gespannt auf diese Over-Ear-Kopfhörer, wenn die wirklich kommen, weil wenn das wieder so ein basslastiger Kopfhörer ist, quasi nur mit Apple-Logo, dann denke ich mir, warum, warum? Ich muss gerade daran denken, dass dieser Beats-Deal, der Mitte der Woche in Deutschland gewesen ist, unglaublich gut bei euch angekommen ist, das war einer unserer erfolgreichsten Beiträge, der Beats, die Beats-X war das, oder? Beats. Dieser eine Beats-X für 49 Euro, ja. Also du hast es da schon gesagt, Beats ist immer noch unglaublich, also die Marke, die zieht tatsächlich weiter. Andererseits könnte es auch sein, dass Apple sie irgendwie abwickeln möchte, weil es gar nicht so richtig zum Apple-Hipster passt. Ja, das stimmt schon, ja. Beats ist etwas, das ist ein totales Prollvolk, also ich mag die Marke auch überhaupt nicht. Ich kann damit null was anfangen irgendwie, und der Beats-Hörer von früher quasi, der die Dinger auch schon von langem her kennt, ist nicht so der typische iPhone-Mensch eigentlich. Nee, überhaupt nicht, ja. Oder Mac-Mensch. Ich muss da... Und von daher, wenn sie es abwickeln würden, ich würde es nicht vermissen. Ich muss beim Stil von Beats und von Apple quasi, von den Marken her, die auf der einen Seite zusammenpassen, beides sehr teure Produkte und beides unfassbar kontroverse Produkte. Äh, da... Von daher passen sie zusammen, aber auf der anderen Seite, wie du schon sagst, die Zielgruppe ist nicht wirklich dieselbe. Und ich muss da immer an ein Interview denken, als Apple Beats übernommen hat. Da war, glaube ich, Jimmy Iowine und Eddie Cue war damals noch bei Walt Mossberg auf der All-Things-Digital. Äh, da hat es das noch so... Ja, das war noch cool. Das waren noch coole Zeiten. Walt Mossberg und... Wie hieß die andere Dame nochmal? Diese All-Things-Digital. Was jetzt... Du hörst nichts mehr? Okay, Roman hat uns verlassen. Ich kann jetzt weiterreden. Ihr hört mich aber noch, oder? Irgendwann ging es da um die All-Things-Digital und da war... Ähm, Iowine hat... Hat im typischen Stil... Der ist ja total aufgedreht. Hat über diesen Beats-Deal geredet. Irgendwie, das ist... Toll, was man mit Apple da alles machen kann. Und hat Apple damals sogar kritisiert und gesagt, dass der Deal unfassbar zäh war. Man hat so lange verhandelt und so. Und Eddie Cue hat auf der anderen Seite immer versucht zu sagen, ja, jetzt mal langsam. Wir wissen noch nicht, was wir mit Beats machen. Damals waren die Gerüchte am Start, es könnte einen Musik-Streaming-Dienst von Apple geben, der dann ja auch gekommen ist. Und Iowine musste sich, glaube ich, echt zusammenreißen, nicht zu viel zu verraten. Das fand ich damals spannend und hat auch perfekt gezeigt, dass Apple und Beats teilweise gar nicht so wirklich zusammenpassen. Ja, und der Musikdienst, da war dann zum Glück Apple Music und keine Wiederauflage von Beats Music, die es ja auch gab. Also ganz im Endeffekt dann wäre ich raus. Hey, hätte ich es nicht gebucht. Und ich bin gerade vollkommen irritiert, weil durch unsere kleine Tonunterbrechung eben habe ich jetzt plötzlich mein mich selbst im Ohr. Es ist also, als würde ich mein eigenes ständiges Echo mit mir herumtragen. Oh Gott. Aber ich kann das Problem nicht lösen. Ich muss weiterreden. Und es ist, als würde man in meiner eigenen Schatten immer nachfolgen. Kannst du das nicht bei QuickTime irgendwie den Regler runter machen oder so? Ich habe jetzt den Audio-Regler runtergeschoben. Ich hoffe, das ist auch wirklich nur für die Wiedergabe. Das ist zu hoffen, ja. Ja. Also wird Apple diesen Kopfhörer bringen, ist die Frage, oder wird es das nicht tun? Letztendlich, da die These, die du ja vertreten hast, ist, sie benutzen Beats als Technologie-Reserve quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, und werden irgendwann sich vielleicht in zwei, drei Jahren von dieser Marke verabschieden und da werden wir glaube ich beide nicht so traurig drüber. Nee, und ich glaube auch, ich glaube nicht, dass es in ein, zwei Jahren so weit ist. Das glaube ich nicht. Beats, ich meine, stell dir vor, Apple würde Beats fallen lassen in ein paar Monaten. Niemals. Nein, nein. Doch noch eine eigenständige und ziemlich gut laufende Marke, wenn man mal auf die, auf den Instagram-Account von denen geht und so, also da ist sehr, sehr viel los, haben auch immer wieder neue Partnerschaften mit Profisportlern und Zeugen und Sachen, aber mittel- bis langfristig sehe ich eigentlich nicht wirklich den großen Nutzen mit Beats. Ja, oder aber sie haben wirklich dann irgendwann einfach Kopfhörer mit derselben Technik, aber vielleicht verschiedenen Designs und Farben im Programm. Die einen, die AirPod-Nutzer, die ein bisschen mehr Ton wollen, irgendwie auch einen krasseren Wumms noch mal haben, aber nicht diese Vollfarben vielleicht haben und die Beats lassen einfach weiter laufen, weil bringt ja auch Geld. Ja. Hattest du mal Beats? Nein, ich habe mir die mal angeguckt. Ich muss zugeben, ich habe zwei Beats-Kopfhörer bei mir rumliegen und beide habe ich nicht zum Testen bekommen, sondern selber gekauft. Oh, 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 oh. Ja, es ist tatsächlich so und ich meine, ich habe die schon sehr lange nicht mehr verwendet. Ich habe momentan meine Overhear-Kopfhörer, waren früher Jabra, die ziemlich geil waren, aber auch sehr basslastig und mittlerweile sind es die Skullcandy, die ich letztes Jahr auf der IFA bekommen habe. Sehr, sehr geile Teile. Stimmt, und da hast du auch die besseren erwischt. Ich hatte ja auch mal welche von denen bekommen, aber das waren die völligen Crap-Dinger. Ne, die sind schon gut, kosten irgendwie 150 Euro und klingen meilenweit besser als meine Beats-Solo-Wireless-Dinger. Ach, krass. Ja, ist einfach so. Die Beats haben damals 300 Euro gekostet. Ja, bei Beats bezahlst du auf jeden Fall klar die Marke. Ja, ich war jetzt noch bei Jabra, da waren wir ja dabei und ich habe irgendwie dann ja den Fehler gemacht, an dem Tag, wo es kein Pressetag mehr gewesen ist, hinzugehen und gesagt hat, oh, könnte ich mir auch noch eins von den Dingern hier geben? Ja, das ist eigentlich so quasi alles, was man dazu sagen kann. Es gibt nicht wirklich Details, wie, ja, das ist ein Detail, Wireless-Charging, okay, wenn mal diese Wireless-Charging-Matte von Apple endlich kommt, die ja, glaube ich, nächsten Monat kommen könnte, laut Gerüchten, dann ist das vielleicht cool. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, Apple Kopfhörer, Apple Overhear Kopfhörer, also gerade, wenn man diese Beats dann immer noch so im Line-Up behält, wie man die aktuell hat, finde ich das komisch. Ja. Finde ich echt komisch. Da muss schon irgendwie noch was Apple-Eigenes mit dabei sein. Ich meine, was könnte man machen? Die Möglichkeiten sind begrenzt. Ich meine, Beats ist ja technologisch schon, die haben Noise-Canceling und diese ganzen Dinge haben die ja mittlerweile schon, da kann Apple nicht wirklich revolutionär was machen. Du, also da könnte man deine Lieblings-Idee vom Speicher, vom Storage on Board auf jeden Fall besser drin unternehmen. Ah, ja, stimmt eigentlich, stimmt. da hast du Platz da für. Da hätte man auch Platz für Touch-Gesten und den ganzen, den ganzen, übrigens meine, es fällt mir gerade ein, meine Charbra haben Touch-Gesten. Da kann man mit, mit, mit Touch sowohl die Lautstärke, mit solchen Kreisbewegungen, als auch die Songs irgendwie vor, zurück und so machen. Das funktioniert sehr, sehr gut, ja. Wobei, anfangs kann ich, das war ganz witzig, ich hatte das, glaube ich, monatelang nicht gewusst. Ich dachte mir immer, ein Kopfhörer ohne irgendwelche Kontrollmöglichkeiten am Kopfhörer selbst ist irgendwie schwach, bis ich dann mal per Zufall einen Kollegen angerufen habe mit den Dingern, weil es, glaube ich, irgendeinen Shortcut gibt, weiß ich, dreimal drücken und dann wird der letzte Kontakt angerufen oder so und da habe ich mir gedacht, hey, das ist ja eigentlich ziemlich geil. Ja, was mir gerade einfällt, also mit diesen Beats, ich habe jetzt, ich weiß nicht, wie groß dieser Over-Ear sein sollte, den Apple da macht, aber mit diesem ganzen Platz, den man da noch hat, könnte man noch einiges anfangen. Man könnte zum Beispiel, das so als eine Art Neuauflage des Airpods Shuffle, Quatsch, Quatsch, das iPod Shuffle bringen. Also das stimmt, das stimmt, ja. Weil der wurde ja auch nur mit so komischen Gesten gesteuert, du könntest quasi Speicher da einbauen, dann synchronisierst du von deiner Musik-App oder irgendwas eine bestimmte Art von Playlisten auf deinen Kopfhörer und da wäre dann quasi drin alles eingebaut, Akku, Bluetooth, wenn du es als iPhone-Zuspieler benutzen möchtest oder Kopfhörer und wenn du sagst, du machst jetzt quasi den Musikmodus, Musik-Only, keine Ahnung was, dann geht der dann auf sein Internes und dann kannst du mit deinen Gesten die Lautstärke und Playback und so steuern und vielleicht auch was auch immer noch irgendwelche Sachen da, also das könnte man auch noch machen. Es stimmt, der Gedanke ist eigentlich spannend. Ich meine, Apple wird wahrscheinlich einen Teufel tun und hier den iPod-Namen verwenden dafür, aber es wäre eigentlich, ich meine, es ist der moderne iPod, alles was wir brauchen ist Sound, die Speicherung der Musik oder Kontrollmöglichkeiten, das ganze Zeug haben wir auf dem Smartphone oder mittlerweile auf der Smartwatch. Und sie könnten Apple Music auf diese Weise gehen und warum sollten sie iPod nicht verwenden, den Namen? Ich meine, sie könnten es iPod Wireless nennen. Ich glaube, dass Apple den iPod langsam aber sicher auslaufen lässt. Ja. Ich glaube schon, ja. Wir könnten da ein Konzept erstellen, ein tolles Mockup zeichnen und werden reich, sehr reich werden. Das stimmt eigentlich, ja. Es gab von diesen Apple-Kopfhörern schon ein Konzept, das ist aber unfassbar langweilig, irgendwie wirklich quasi Beats mit Apfel-Logo oder so. Aber iPod Wireless, das wäre doch mal eine tolle Sache. Ihr Lieben, wir kommen auch langsam ein bisschen zum Ende. Ihr merkt das schon, wir quatschen nur noch ins Blaue und ihr seid wie immer herzlich eingeladen mitzumachen und euch mal unserer wirklich mitten im vollen Saft stehenden Ideenfindungsprozessen zu beteiligen. Da sind wir sehr gespannt drauf. Wir haben auch noch Hörerpost, die wir vorlesen wollten. Da wären wir jetzt fast wieder rübergekommen. Ja, passend zu den AirPods beziehungsweise zu Apple-Kopfhörern können wir noch was vorlesen vom lieben Felix. Der hat mir geschrieben, zum Thema AirPods kann ich nur sagen, dass vor allem die Möglichkeit, die Lautstärke zu regeln fehlt. Ich hätte mir diese Dinger auch schon längst gekauft, wenn ich so viele Argumente gegen einen Kauf finden würde. Einerseits ist der Preis sehr hoch, wobei das das geringste übel ist. Sound ist sicher okay. Problem ist fehlende Schallisolierung von außen, da es keine In-Ear-Kopfhörer sind. Und dann hat er noch geschrieben, irgendwie beim Sport und so, das wäre quasi dann, er wäre perfekte Kunde für so Over-Ear-Kopfhörer. Quasi mit der Technologie, dass es sofort verbindet mit allen Apple-Produkten, toll im Ökosystem integriert, aber eben geiler Sound, geile Akkulaufzeit. Ja, da bin ich voll dabei, mit den Gesten, Lautstärke und so weiter, haben wir ja schon so oft gesagt, definitiv. Naja, werden wir abwarten müssen. Spannend hat er auch noch, der sagt dann so, mit Pulsmesser und also diese ganzen Sensoren, die ihm da fehlen für den Sport, könnte man natürlich bei Over-Ear super einbauen, aber gibt es zum Beispiel, wobei es dann natürlich für den Sport deutlich angenehmer ist, solche In-Ears zu haben, wie die AirPods, als mit solchen großen Teilen rumzujoggen oder so. Also die Möglichkeit natürlich eher begrenzt, ja. Ja. Das soll es gewesen sein, ich glaube, das war der längste Podcast seit langem. Es ist aber auch, ganz ehrlich, heute war, zweimal hatten wir fast einen Ausfall und generell, also heute war echt ein mega anstrengender Tag. Gott, wir müssen, oh, 56 Minuten, wir knacken haarscharf an der Stundengrenze rum, wir müssen mal gucken, wie die Average Consumption Rate in dieser Episode ist, ob uns die Galaxy Ausschweifungen höher gekostet haben, das werden wir dann nächste Woche analysieren. Alles klar, ja, apropos nächste Woche, hoffentlich seid ihr da, wieder mit dabei, beim Apfelplausch 32, bis dahin, macht's gut, habt eine tolle Woche, das war's von uns. Morgen kommt die Apfelwoche noch, die könnt ihr dann, das ist wieder, wieder der krasse Kontrast, da ist alles in Kürze nochmal zu sehen und der Hashtag Apfelplausch war es auf euer Feedback. Bis nächste Woche. Ciao. Gut, ciao. 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 Vielen Dank.